moin pyrus ich habe einen neuen prospekt für euch es ist diesmal kaufland bei mir ist es der nächstliegende kaufland in salzgitter in der city carree ja es kann sein dass es regionale unterschiede gibt das weiß ich nicht ich habe jetzt einfach die filiale die bei mir am nächsten ist und nicht weiter geguckt wir fangen ja oben gleich mit vier verbünden an da werde ich nicht so drauf eingehen wir haben die ghostbusters für 27 euro den commander verbund für 17 euro 54 der verbund berserker für 125 euro und alien hunter für 38 98 wir haben hier ein überteuertes raketen set beziehungsweise familiensortiment das ist nichts besonderes ihr habt hier raketen ich glaube die haben nicht mehr alle in celega profi raketen teilweise mit knall seht ihr dafür 17 euro 54 sie ist schon eine frechheit finde ich dann haben wir daneben das sortiment faszination ja sieht schön aus aber man kann dann eher zum fire fantasy greifen habt ihr mehr drin und hier haben glaube ich auch nicht alle raketen wieder in celega doch super effekt ich gehe davon aus dass die celega ist verbund planet of colors und pyrotec für profis dann verbund topscorer und eine absolute kaufempfehlung für die nächsten zwei produkte das ist einmal die bloody mary wer die bloody mary kennt weiß es ist eine richtig geile batze für 3 euro 89 diesmal wieder nur dies auch manchmal schon auf 499 gewesen ist definitiv eine kaufempfehlung dann schweizer vulkan von bugano gefertigt für veco das sind nichts anderes als die vulkan die es auch beim lidl und beim aldi gibt definitiv eine kaufempfehlung ja twisted kids ein jugendsortiment braucht man nicht darauf eingehen zu teuer ist definitiv das stargate da gibt es bessere alternativen ja da war das superheroes das ist das gleiche was es auch beim aldi glaube ich jedes jahr gibt nur für zwei euro mehr verbund iron sky und feuerwerksrohr batterie dauerbrenner ja keine super teile lass liegen ja ihr habt die elf millimeter effektive 30 meter ihr seht schon kommt nicht viel raus das wird die ganze zeit so aussehen dann kommen wir zu einem familiensortiment das lionheart ja wir haben hier fünf raketen und feuervogel frische meteoriten also kat 1 hier im knall erbsen ein paar quacker und röli ja an sich kann man pro rakete in euro rechnen aber dann eher wieder wer den lidl in der nähe hat zum file fantasy greifen da seid ihr besser mit dran keine kaufe empfehlung ist der zombie town ja ihr habt hier zwei pfeifbatzen ein paar von themen batterien hier so fette röli lichter verbünde sind das glaube ich hier an den seiten ja einfach zu teuer dann aber brillantes raketensortiment golden age starb da drei raketen aus dem goldrausch set dabei und fünf andere raketen wovon ich jetzt nicht weiß was das für welche sind kommen jetzt auch nicht bekannt vor man kann auch leider nicht ran suchen das habe ich eben schon probiert ja man kann es sich mitnehmen einfach mal zum testen dann haben wir hier feuerzeuge für die die welche brauchen oder die keinen bock haben sich die griffe zu verbrennen so wie ich jedes jahr ja sledgehammer spreche ich eine empfehlung für aus von der rocket 9 raketen für 13 euro das ist einfach zu viel würde ich liegen lassen wir haben das sortiment dropzone das spreche ich keine kaufe empfehlung für aus denn hier haben nicht mal alle raketen zerlegen teilweise mit fetzigen knall hier die anmerkungen immer darauf achten ja da würde ich an eurer stelle zum arena of rockets greifen das kostet 10 cent weniger und ihr habt 20 raketen mit zerlegen oder das indianapolis für das kostet 17,99 oder 18,99 da habt ihr 18 raketen auch alle mit zerlegen definitiv besser bedient als mit dem teil hier dann haben wir hier so ein kleines 210 schussrohr ja auch nichts besonderes für die 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 draufstehen da gibt es auf jeden fall bessere alternativen dicke brummer würde ich liegen lassen die sind zu teuer typisch kaufen und teilt funky soul ist eine coole batze ja für den preis kann man sie noch mitnehmen ich habe es aber auch schon für ein euro weniger gesehen ja monster kenne ich nicht ist eine fontänen batterie hat jetzt sogar ein video könnt ihr euch dann hier sogar anschauen alien ist keine kaufe empfehlung ihr habt 20 schuss mit kleinen kometen und teilweise ein bisschen mit zerlegen bei pyro ex regen hat das ding nur ein oder zwei sterne gegeben also ist es überhaupt nicht toll die wunder wo sie würde ich auch liegen lassen und mir lieber eine laser aus den lidl holen die figaro ja ihr habt ihr teilweise mit schon recht großen wie heißt es auch gleich kaliber zwischendurch aber auch kleine ja da würde ich mir vorher ein video angucken für die die das ding interessant finden sieht an sich eigentlich schön aus aber ja die flight night ist auch mit zerlegen teilweise aber ja für 6 euro 81 erwartet da nicht zu viel könnt ihr euch auf dem fall auch mal gucken 14 mm kaliber das ist nicht berauschend dann ein raketen set was ich nicht mitnehmen würde das ist das rocket planet ja wir haben hier raketen auch wieder nur teilweise mit knalleffekt das wäre auch zu schön gewesen wenn die allen zerlegen hätten das wäre dann nämlich eine kaufe empfehlung definitiv da müsst ihr aber im laden mal gucken wie viel davon knalleffekt haben ja wenn jetzt vier fünf stück heiden effekt haben dann kann man sich das trotzdem noch mitnehmen einfach mal zum testen oder zum warm schießen wir haben hier die star drop batterie mit 86 schuss gefächert ja ist jetzt nichts was ich berauschend finde kann man sich aber definitiv mal mitnehmen für die die es interessant finden guckt euch aber auf jeden fall vorher ein video an weil ich habe hier immer so meine eigene meinung zu den artikeln das heißt nicht dass ihr die nämlich auch geil finden müsst wir haben hier kapsel gehörschutz für die die nicht so lautstärke abkönnen einen wichtigen feuerlöscher falls mal irgendwas im brand gerät bei euch ja das gibt es natürlich auch günstiger und ich glaube nicht dass der vorher 60 euro gekostet hat dann noch mal für kinder den gehörschutz auch knapp 5 euro würde ich mein kind lieber das kaufen einfach den drüber ziehen king und queen zweiteiliges batterie sortiment kenne ich jetzt persönlich nicht habt ihr achtend die 36 schuss hierzu irgendwo ein video sein naja habe ich jetzt einfach so für die schlauen ist es hier unten so ja sieht ganz cool aus definitiv ja kann man sich mitnehmen muss jeder selber entscheiden ob das ihnen 30 euro wert ist aber ihr bekommt jetzt zwei wie heißt es batterien dafür ja dann haben wir hier die batterie bette offline spreche kauf empfehlung für aus feuer top batterie bullet box ja lass liegen den kram fiesta kann man mitnehmen geht aber auch günstiger aber für den preis kann man sie definitiv noch einpacken wie schon erwähnt dann haben wir hier eine nicht kaufe empfehlung das skyscraper ihr habt ihr auch wieder teilweise raketen ohne er ohne knall effekt hier steht schon teilweise mit knall ja da einfach zum arena of rockets wieder greifen oder zum indianapolis da habt ihr 18 bzw 20 raketen mit komplett zerlegung ja ultra force kenne ich jetzt persönlich nicht liegen lassen würde ich die die black magic ja hier habt ihr noch ein paar bengal fackeln bzw pyropeitschen paar feuerzeuge die batterie blaster ja die kann man sich mal mitnehmen erwartet aber nicht zu viel liegen lassen würde ich das smiley ultra pack das ist ein cut 1 sortiment ja 18 teile habt ihr hier drin das ist nicht so berauschendes paket vulkane und ein paar langweilige fontänen ja würde ich einfach liegen lassen ja hier ist sogar anmerkung jugendfeuerwerk kommen wir zum letzten artikel die kalypso da spreche ich eine kaufempfehlung für aus schaut euch aber bitte vorher das video an ja wir haben hier leider keins dabei ja wir haben 30 schuss 200 gramm effektmenge circa 35 sekunden brenndauer und effekthöhe ebenfalls 35 ja das war es dann leider für das prospekt schon ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir doch gerne einen kommentar da eine bewertung abonniert doch meinen kanal falls noch nicht getan weil 98 prozent der leute mittlerweile die meine videos schauen sind leider kein abonnent von mir finde ich schade wäre cool wenn du oder ihr das ändern würdet ja wie gesagt ich habe auch den kaufland in salzgitter ausgewählt ihr müsst dann einfach mal eure postletze eingeben und gucken ob ihr ein anderes sortiment habt ja aber wie gesagt danke fürs zusehen und wir sehen uns beim nächsten prospekt wieder ciao